Der Typ hier neben mir ist der Max. Und der Max ist der erste Tech-Act, den ich bei mir in die Agentur aufgenommen habe. Und der spielt jetzt hier als Wessi zum ersten Mal im Osten Tech. Ich wünsche euch verdammt viel Spaß mit What's Bangal! What's Bangal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020